Der erste Fuß, haltet ihn auf! So, alles wieder ganz! So, alles wieder ganz! Lass mich mal rein! Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammer-Kapazität laufen lassen. Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammer-Kapazität. Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammer-Kapazität. Ich habe eine Simulation auf Basis der Mischkammer-Kapazität. Es wird zu einem altraubhaften Ödland, einem... Wir sind da drüben, komm zurück! Ein Moment der Angst. Aber nicht nur das. Wir werden Gotham suchen. Wer ist Wirland? Ich muss die Verladung der Chemikalien in die Mischkammer stoppen. Sobald der Raum gesichert ist, kann ich versuchen, die Explosion zu verhindern. Nicht aufhören! Beeilung beim Verladen der Chemikalien! Wer nicht mit Anpackt hält, wache! Wie groß muss diese Explosion denn sein? Solange Scarecrow nichts anderes sagt, wird verladen! Da gibt es noch so für erledigt. Wo mENTS sentencesen Sie vielleicht 하고 es tut von der Chemikalien zu beschleven. Der ist hier lang! Notfall. Explosionsradius bei 23 Beilen und Ansteigen. Du kommst zu spät, Bertmann. Erlaubt mir, den in die Luft fliegt. Raus! Was ist mit dir passiert? Oh, kann jemand nicht Kontakt bestätigen? Er ist da drüben, kommt schon! Muss ich euch daran erinnern, dass wir einen strengen Zeitplan einhalten müssen? Doch wir müssen dafür bezahlen, was sein Rettner mir angestellt hat! Ich hole noch eins! Notfall. Explosionsradius bei 31 Meilen und Ansteigen. Offensichtlich ist der Chemikalienfluss zum Erliegen gekommen. Was nur bedeuten kann, dass du hier bist, Bertmann. Auf unser Wiedersehen! Habt ihr mich schon gefreut? Ich weiß, dass du da draußen bist. Die Tür ist offen. Du bist ja noch ängstlicher, als ich erwartet hatte. Du weißt, wo du mich findest, Batman. Ich will warten. Komm zu mir, Batman. Wovor hast du Angst? Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da! Sofort! Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Nichts schmerzt, so wie ein Familienmitglied zu verlieren, um nur sich selbst die Schuld geben zu können. Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen. Leider ohne Erfolg. Versuch's weiter! Achtung! Explosion steht kurz bevor. Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten! Ich weiß, das versuche ich auch nicht, aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde Sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird vertreibt. Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie! Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie! Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte! Sie müssen sich um den Zettel. Das ist der Zettel. Er hat sich um den Zettel zu verbreitet. Ich bin zuwachen. Ich bin zuwachen. Das ist der Zettel. Ich bin zuwachen. Ich bin ein zuwachen. Ich bin zuwachen. Er hat sich um den Zettel. Bödem man sich um den Zettel im Lebenszell. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradios um 25 Prozent reduziert. Wo ist sie, Herr Fett? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Bruce. Sie wird so wütend sein, wie Sie, das zugelassen zu haben. Sir, hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte? Ohne Sie ist Gorsam ihm ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 50 Prozent reduziert. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie? Das hast du mir beigebracht, das Richtige zu tun. Nur das Zelt noch. Master Bruce, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um Miss Gordon geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Leb wohl, Erfrit. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 1.5 Prozent reduziert. Hast du mich vermisst? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017